Ich bin ganz stolz, heute in Berlin Peter Altmaier, den ehemaligen Bundesminister, zu treffen. Ich bin ganz stolz, heute in Berlin Peter Altmaier, den ehemaligen Bundesminister, zu treffen. Shall we disconnect from globalization? Shall we intensify international cooperation? How to achieve climate change without losing welfare and standard of living? These are important questions and issues. And I know from many, many meetings and visits across Europe and the world that these are issues of concern for people in China and in India, in the US, in France, in Germany, in almost every country in the world. I'm interested in exchanging with you on energy issues, on issues of climate change, but also on issues of the economy and, of course, of identity and culture. How can we preserve in an ever-changing environment our political, our social, our cultural heritage? How can we help people in the pursuit of happiness? And what can we do to increase mutual understanding and mutual cooperation? That is what I want to do with a modest, small contribution, but I'm looking forward to meeting you and discussing with you on all these issues. Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Peter Altmaier. Je suis allemand avec un très grand enthousiasme pour l'intégration européenne. Et je l'avoue franchement, je suis partisan du franco-allemand. Depuis plus de 30 ans, j'ai été extrêmement impressionné par Charles de Gaulle, Jean Monnet, Robert Schumann et Konrad Adenauer, à la côté allemande, qui ont, après une guerre dévasteuse, eu le courage et l'énergie de créer quelque chose de tout à fait nouveau. L'amitié franco-allemande, l'intégration européenne. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons préservé la paix. Nous avons achevé un standard de vie sans précédent. Et nous avons l'obligation, nous avons la convocation de conserver et de développer tout cela. Je me souviens, le discours historique du président Emmanuel Macron à la Sorbonne sur l'intégration de l'Europe. Je me souviens encore très bien la contribution essentielle française à l'accord de Paris sur la protection du climat. Et je suis totalement convaincu que la coopération, que l'échange entre la France et l'Allemagne seront dorénavant, comme dans le passé, d'une importance extrêmement accrue pour préserver la paix, pour préserver notre standard de vie et pour contribuer à la politique mondiale d'une perspective européenne franco-allemande. Mesdames et Messieurs, j'en suis très heureux que je suis maintenant dans la possibilité de la pensione de l'Ambour de l'Ambour de l'Ambour de l'Ambour de l'Ambour de l'Ambour. Das war unglaublich, unglaublich interessant. Und ich hatte dann verliefd auf Niederland. Ich hatte verliefd auf eine Kultur, die so unglaublich rijk ist. Und woran wir in Deutschland nicht so viel abweten. Weil die Nederlandse taal, die in Deutschland nicht beherrscht wird. Wobei in Deutschland, in der Gegenteil, iedereen, beina iedereen, ausstekend Deutsch spricht und beherrscht. Und ich habe als Autodidakt Nederlands gelehrt. Ich habe zusammengearbeitet mit unglaublich vielen Nederlandse Kollegen in der Nederlandse Regierung. Ministers von Finanzen, Buitenlandse Zaken, Koophandel, Economische Zaken. Ich habe zusammengearbeitet mit leden von der Nederlandse Parlament. Ich habe unglaublich viele Freunde in den Lage Landen. Aber ich verheug mich nun auf die Auswisselung und die Entmoetung mit sehr viele Menschen, die ich noch nie hatte, weil es einfach ein Gespräch von Zeit war. Als ich noch in der Bluch war von Angela Merkel, als Minister von Milieu, als Minister von Economischen Zaken und Energie, als Minister in das Allgemein Ministerium, wir nennen das Kanzleramtsminister, und als Minister von Finanzen gedurende enkele maanden. Das war freiwillig interessant und spannend und boeiend. Und nun verheug ich mich auf meine Reise nach Nederland und auf die Gedankenwisselung mit Ihnen. Heel hartlich bedankt und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017